Sakan und Samira mischen Sommerhaus auf, das sagen die Fans Sie stellen ihre Kontrahenten unter Druck Das Sommerhaus der Stars sorgt in diesem Jahr für ordentlich Aufsehen Zuletzt mussten sich zwei der Paare nach einer heftigen Auseinandersetzung ungewollt von der 50.000 Euro Gewinnsumme verabschieden Für Gigi, 24 und Dana, sowie Valentina, 23 und Partner Ken hieß es demnach, Koffer packen Jedoch standen die hochmotivierten Nachzügler bereits in den Startlöchern Sakan, 30 und Samira, 29 sind die neuen und mischen das Sommerhaus direkt einmal auf Beim Einzug der beiden ist den übrigen Promi-Pärchen direkt anzumerken, dass diese eher weniger erfreut über ihre neuen Kontrahenten sind Vor allem Alex, 32, scheint noch ungeklärte Unstimmigkeiten mit Sakan zu teilen Genau das merkt auch ein genervter Zuschauer auf X an, Hauptsache Alex hat direkt einen neuen Feind am Start Doch bekommt auch der Neuankömmling sein Fett weg Sakan ist auch das Geschwür am deutschen Trash-TV-Hintern, heißt es da in einem weiteren Kommentar zur Show Auch nach seiner ersten Challenge sorgt das Bachelor-in-Paradiese-Paar für teils hitzige Gemüter Im Duell gegen Justine und Aben können sie gewinnen und sind somit für die Entscheidung gesaft Sakan und Samira sind halt fitter Die sind fresh rein Die haben volle Power, meint ein sichtlich gekränkter Alex, während sich die Online-Community amüsiert zeigt Ich feiere den RTL-Redakteur, der bestimmt hat, dass Alex Serkans Sieg verkünden muss, heißt es mitunter auf X Was Untertitelung des ZDF, 2020